dieser Knappe kämpfte überragend mit Eleganz, Technik und Präzision. Mit zusammengepressten Lippen warf Farin dem Töpfer einen säuerlichen Blick für die hervorragende Unterstützung zu, Drogdan ein wenig aufzumuntern. Bran verrunzelte die Stirn, um dann schnell zu versichern. Wenn ich länger darüber nachdenke, könnte Farin seine Beinarbeit und den Schwung der Klinge durchaus noch verbessern. Drogdan, es ist sicherlich wertvoll, wenn du dich seiner annimmst. Der Waffenmeister zupfte an seinem Ohrläppchen. Wenigstens das war ihm geblieben. Ihr wollt mich aufbauen, verstehe. Doch stattdessen nehmt ihr mich auf den Arm. Seine Stimme klang bei weitem nicht mehr so hell und unbeschwert wie früher. Er betrachtete seine verbundene linke Hand. Dort fehlten ihm sämtliche Fingernägel. Der Kerkermeister konnte zuverlässig bis fünf zählen. Wenn ich bloß zwei Tage früher aus dem Sumpfland zurückgekommen wäre, warf sich Farin vor. Und wenn du zwei Tage später eingetroffen wärst, dann hätte Drogdan einiges mehr gefehlt. Diese Was-wäre-wenn-Gedanken der Sterblichen bringen rein gar nichts. Es barg etwas Seltsames in seinen Worten. Ausgerechnet Ekel, der ständig auf ihn einmeckerte, hatte es noch nie leiden können, wenn sich Farin Vorhaltungen machte. Es half nichts. Mit einem Mal bereute er Drogdan nicht mit auf die Reise ins Sumpfland genommen zu haben. Die Wahl war auf Plaudius gefallen. Doch Emicho hatte es damals so entschieden, und alle waren damit einverstanden gewesen. Einer der Vertrauten sollte in der Burg bleiben und auf den Gebranntmarkten Ritteracht geben. Ohne jede Vorwarnung hatte der Unaussprechliche, so wurde der durchtriebene Dämon genannt, sich Emichus Geistes bemächtigt und ihn dazu gebracht, Drogdan in den Kerker werfen und foltern zu lassen. Eine unsagbar grausame Zeit für den Waffenmeister, der neben dem körperlichen Schmerz auch über sein Scheitern verzweifelte. In der Dunkelheit des Verlieses hatten ihm seine Selbstvorwürfe mehr zugesetzt als der Folterknecht mit seinen Zangen. Dabei hätte es Drogdan nicht verhindern können, Bislang waren die durch das Mahl des Unaussprechlichen gezeichneten Menschen stets verloren gewesen, bis Farin seinen Herrn davon hatte befreien können. »Keiner kennt meine Schwächen so gut wie du. Komm, wir gehen auf den Übungsplatz«, erneuerte Farin seine Bitte. »Ich habe wenig Zeit«, antwortete der Waffenmeister. Dabei wusste Farin, dass Drogdan von allen Aufgaben entbunden war, bis er sich vollständig erholt hatte. »Vielleicht morgen?« »Mal sehen.« Die beiden Worte klangen wie die Kurzform von »Lass mich in Ruhe und hau endlich ab«. Schweren Herzens drehte sich der Totengräbersohn um und verließ die Töpferei. Vermutlich würde die Zeit sich etwas einfallen lassen müssen, um Drogdan zu helfen. »Wie siehst du denn aus?« Plaudius betrachtete ihn von oben bis unten. »Ich war bei Branfa.« »Verstehe. Und bei Drogdan.« »Ganz recht. Was können wir tun, damit er wieder der Alte wird?« »Das wird schwierig werden. Er hat den Glauben an die Gerechtigkeit verloren, und er ist von Rache-Gedanken erfüllt.« »Aber Emicho war nicht Herr seiner Sinne. Es war der Unaussprechliche, der unseren Freund in den Kerker werfen ließ. Ihn müssen wir bekämpfen.« »Von Emicho rede ich nicht. Drogdan will Rache und den Kerkermeister zerstückeln, wobei Letzterer zwar stumpf und mitleidslos ist, jedoch lediglich dem Befehl seines Herrn gefolgt ist.« »Selbst wenn Drogdan den Folterknecht erschlägt, bringt ihm das sein Seelenheil nicht zurück.« Betrübt sah ihn der Dicke an. »Wie wahr. In zwanzig Jahren erlebe ich ihn so zum ersten Mal.« »Wir können nicht erahnen, was er durchmachen musste. Die Burg feiert lediglich die glorreichen Heimkehrer. Von Drogdan, der unschuldig im Kerker gefoltert wurde, redet niemand.« Wütend verzog Farin das Gesicht. »Nach wie vor geht die Wurzel allen Übels von den Nikoran und ihrem dämonischen Anführer aus. An dem sollten wir Rache nehmen.« »Du meinst diesen Prinzipal? Wir wissen immer noch nicht, wer das ist und wo er ist. Dafür muss ich ständig andere Fragen beantworten.« »Was für Fragen?« Vorwurfsvoll sah Plaudius den Totengräbersohn an, doch ein Lächeln schlich sich in seine Züge. »Die Menschen auf der Burg löchern mich ständig nach Informationen über dich. Woher kann ein einfacher Totengräber so begnadet fechten? Warum ist er so mutig? Wieso ist er ein solch guter Anführer?« »Warum wohl?« fragte Ekel unschuldiger als seine Knospe beim ersten Sonnenstrahl. »Und was antwortest du?« »Sie sollen dich selbst fragen,« meinte Plaudius. »Bisher lassen sie mich in Frieden. Ich wüsste auch nicht, was ich antworten sollte.« »Sie trauen sich nicht. Auch dein besonderes Verhältnis zum Burgherrn Emicho schüchtert sie ein.« »Wie, was für ein besonderes Verhältnis? Davon merke ich nichts. Der Ritter behandelt alle gleich.« »Wie dem auch sei. Ich bin froh, dass wir dich damals aus deinem Dorfhaufen geleitet haben.« »Geleitet?« »Drogdarn hat mir eine Wurf-Axt an den Kopf gedonnert. Ihr habt mir einen stinkenden Sack übergestülpt und mich zur Burg Sturmwacht verschleppt.« »Ja, das war lustig.« »Ging so.« Nach dieser Reise hatte für Farin ein neues Leben als Knappe von Ritter Emicho begonnen. Eine Aufgabe, die ihn gleichermaßen ausfüllte wie er füllte. Für den heutigen Abend zur achten Stunde hatte Emicho ihn in den Speisesaal befohlen. Er dürfte auf keinen Fall zu spät kommen, denn diesbezüglich hatte er die Geduld seines Herren bereits über Gebühr strapaziert. Farin verabschiedete sich von Plaudius. Er musste bis zum Treffen mit seinem Herrn noch einigen Pflichten nachkommen, allem voran die Pferde versorgen sowie Waffen und Rüstung pflegen. »Wo bleiben die?« Einsam saß Farin im prunkvollen Essenssaal der Burg Sigismund. Noch nie war er Erster gewesen, und nun musste er feststellen, dass sich dies kein bisschen besser anfühlte, als Letzter zu sein. Feste Schritte näherten sich. »Du bist zu früh. Hast du nichts zu tun?«, brummte Emicho, als er den Speisesaal betrat. Er ließ die Eichenholztür hinter sich offen stehen. Das fing ja gut an mit einem Rüffel. Was wunderte er sich, eigentlich so wie immer? »Eh, Menschen nennen das Tradition.« Der Ritter trug die Kette mit dem bläulich schimmernden Anhänger um den Hals. Das Schmuckstück hatte Torem, König der Maden, Farin in den Höhlen des Westgebirges geschenkt. Emichos hellblaue Augen leuchteten. Bei ihm konnte er sich nicht sicher sein, ob es ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war. »Kommt noch jemand?«, fragte Farin so beiläufig wie möglich. Er rechnete fest damit, denn für ein Gespräch unter vier Augen hätte ihn der Ritter in seine Schreibstube bestellt. Emicho zog die buschigen Augenbrauen hoch. »Reiche ich dir nicht?« »Nicht verunsichern lassen,« dachte Farin verunsichert. »Ich hoffe, dir steigen die Geschichten, die über dich erzählt werden, nicht zu Kopf.«, eröffnete der Ritter das Gespräch. Der Totengrämmersohn schwieg, einfach aus dem Grund, weil ihm nichts dazu einfiel. »Zu einem Gespräch gehören zwei, sonst wird es ein Monolog,« erinnerte ihn Ekel. »Das wird es so oder so, selbst wenn ich etwas sage,« dachte Farin. »Wir müssen etwas gegen die Nekora unternehmen, dabei kann uns das blaue Metall gute Dienste leisten, denn es band offenbar den unaussprechlichen Dämon.« Unwillkürlich befühlte Emicho den Anhänger am Hals. Seine Daumenkuppe fuhr über die Prägung drei Worte in unbekannten Buchstaben. Es klopfte an den Türrahmen. Eine alte Frau stand auf der Schwelle. »Herr Wein!« Emichos Geknurre klang alles andere als einladend. Frenja, die Wahrsagerin und Heilerin, schlurfte um den Tisch herum. »Seid gegrüßt, komme ich zu spät?« Ihr Ton klang ein bisschen bedauernd. »Jetzt zieht ihr Emicho die Ohren hasenlang,« dachte Farin. Mit einer Stimme wie Puderzucker antwortete Emicho, »Nein, überhaupt nicht. Und selbst wenn, erachte ich es als das Vorrecht einer Dame.« Frenja sah aus, als überlegte sie, ob »Dame« ein ziemlich deftiges Schimpfwort war. »Mein Herr ist immer wieder für eine Überraschung gut,« dachte Farin. Er hatte gelernt, in derartigen Situationen ruhig und geduldig abzuwarten. Vor allem ruhig. Der Ritter höchstpersönlich übernahm die Rolle des Mundschenks. Er füllte die bereitgestellten Kristallgläser mit Rotwein und setzte sich an den Kopf der Tafel. Frenja und Farin nahmen unmittelbar in seiner Nähe an der langen Seite des Tisches Platz. Die anderen 18 Plätze blieben offensichtlich leer. Der Ritter hieb die linke Faust auf den Tisch, dass es knarzte. Dann drehte er den Unterarm nach oben, nichts als rosa Haut. Das gestürzte Pentagramm, das Brandmal des Unaussprechlichen, war vollends verschwunden. »Ihr habt mich von diesem Fluch befreit!« Seinem Tonfall zufolge müssten beide nun ein schlechtes Gewissen bekommen. Vorsichtig wie ein Reh auf der Lichtung schielte Farin zu ihm hinüber. Auch Frenja lugte zwischen ihren zusammengekniffenen Augen mit einer Mischung aus Misstrauen, Neugierde und Erstaunen hervor. Doch Emicho rang sich ein zähnefletschendes Lächeln ab. War das etwa ein Lob gewesen? Farin überlegte, ob er nicht unauffällig den rechten Unterarm des Burgherrn kontrollieren sollte. »Das ist erfreulich!«, stellte Frenja mit all ihrer Erfahrung im Umgang mit den hohen Herren fest. »Ursach!« Untertitelung des ZDF, 2020